Du willst immer noch krassere Bauchmuskeln? Dann herzlich willkommen zu meiner 30-tägigen Plank-Challenge. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur planken. So lange wie du kannst. Ich hoffe, ihr habt euch nicht demotivieren lassen und habt schon aufgehört. Denn egal, wie lange ihr es schafft, es ist gut. Und das, was am Ende wichtig ist, dass du besser bist als am Tag davor. Leg dir am besten etwas Weiches unter deine Ellbogen, damit du das länger durchhalten kannst. Für mich gilt es diesmal, 2 Minuten 41 zu besiegen. Wie lange konntet ihr das letzte Mal durchhalten? Oder besser gefragt, wie viel Zeit hast du heute gebraucht? Schreib das einfach täglich in die Kommentare. Und du wirst sehen können, wie sich stetig deine und meine Plank-Dauer verlängern. Auch wenn es sich dabei nur um Sekunden handelt. Jede Sekunde, jede Millisekunde zählt. Und auch wenn du nur auf das gleiche Ergebnis kommst, ist das kein Problem. Denn einzig und allein, was wichtig ist, ist, dass du es gemacht hast. Sehen wir es so, es ist erst Tag 2 und ich hoffe, du bist noch dabei. Denn wer jetzt schon nicht mitmacht, der hat es nicht wirklich gewollt. Und das ist nicht schlimm. Man muss es nicht wollen. Aber wenn du es wirklich willst, dann machst du einfach mit. Und natürlich gibt es Übungen, die besser sind und effizienter und dich viel schneller ans Ziel bringen. Und wenn du willst, kannst du die auch einfach machen. In dieser Challenge aber geht es darum, die Übung ganz einfach zu halten. Und um dir selbst zu zeigen, dass du es kannst. Und dass es nicht wirklich viel braucht, um ein Ziel zu erreichen. Außer Durchhaltevermögen. Denn diese Übung ist nicht körperlich schwer. Nein, eher im Kopf. Unser Körper ist in der Lage, viel mehr zu schaffen, als wir denken. Nur vertrauen wir ihm nicht stark genug. Oder trainieren ihn nicht hart genug, um das Vertrauen in uns zu wecken. Wie ich so schön immer sage, probieren geht über Studieren. Teste es einfach selbst aus. Was kannst du schon verlieren, außer ein bisschen Zeit? Ein paar Minuten deines kostbaren Lebens. Was willst du sonst tun mit der gesparten Zeit, die du hast, weil du die Übung nicht machst? Es liegt ganz bei dir. Ich für meinen Teil habe mir vorgenommen, einen krassen Bauch zu haben. Oder zumindest krasse Bauchmuskeln. Und genau deswegen mache ich die Plank Challenge. Und wenn du ein ähnliches Ziel hast wie ich, dann mach einfach mit. Und such dir ein Ziel aus. Denn weißt du erstmal, wo du hin willst, kommst du auch einfacher dahin. Mein Ziel ist es, 10 Minuten zu erreichen. Am Ende dieser 30 Tage. Das wäre einfach mehr als dreimal so viel, wie ich davor geschafft habe. Und das in nur, sagen wir mal, 10 Minuten pro Übung am Tag. Mal 30 ist 300. Und 300 ist 60 mal 5. Das heißt 5 Stunden Arbeit insgesamt über einen ganzen Monat. Dafür, dass ich es schaffe, 10 Minuten zu planken. Also insgesamt krasse Bauchmuskeln zu haben. Das finde ich ist schon ein echt angenehmer Tausch. Schreib doch einfach mal in den Kommentaren, was genau dein Ziel ist. Und wenn du es durchhältst, diese 30 Tage mit mir zusammen zu planken. Und es dann noch schaffst, dein Ziel zu erreichen. Oder sogar noch besser zu werden. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Und es hat sich gelohnt. Und es hat dich nur 5 Stunden gebraucht, um das Ziel zu erreichen. Und die ganze Zeit dazwischen natürlich. Aber hey, wenn du das erstmal geschafft hast. Was hält dich noch auf, alles andere zu schaffen, was du willst? Gar nichts. Genau, einfach gar nichts. Deswegen, so wie Shia LaBeouf das so gerne sagt. Just do it. Und du wirst es schaffen. Ich muss ehrlich sagen, ich hab mir schon gedacht, das wird einfach. Aber allen anscheinend bin ich immer noch ein Schwächling. Und muss auch noch sehr viel an mir arbeiten. Aber hey, dafür trainiere ich. Um genau die Ziele zu erreichen, die ich mir vorgenommen habe. Und warum sollte ich jetzt aufgeben? Ich kenne keinen Anime-Hauptcharakter, der gerne aufgibt. Oder gern verliert. Denn aufgeben ist was für Loser.